Hey Leute, willkommen bei Italiener99. Nur ein kurzes Infovideo hier. Den Hintag sind Musik ist FIFA 17. Für diejenigen, die sich wundern. Nein, ein kurzes Infovideo. Wie gesagt, nur es kann sein, dass der Stream sich heute von 9 zu 9 ein bisschen verschiebt. Es kann wirklich sein, weil ich gehe gleich raus und ich hole mir das Spiel The Division heute schon, weil es ist momentan reduziert. Normalerweise kostet es jetzt, ich habe geguckt, in Deutschland 50 Euro und hier kostet es momentan nur 25 Euro. Deswegen ist es 50% reduziert, deswegen ich gehe gleich das Spiel holen. Das heißt, der Stream kann, ich bin mir nicht sicher, muss nicht sein, aber es kann wirklich sein, dass er später kommt. Und deswegen, wenn er später kommt, nicht wundern, wieso ich weiß nicht, wann der Stream kommt. Auf jeden Fall, der kommt, das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ab 20 Uhr oder halb neun, aber ich glaube, so spät und auch wiederum nicht. Wenn spät ist es um 20 Uhr, schätze ich mal. Natürlich, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach auf YouTube, wenn ihr wissen wollt, wann der Stream anfängt. Weil später weiß ich halt mehr oder weniger, wann. Wie gesagt, ich hole mir The Division und heute wird dann auch The Division installiert. Und ich versuche das wirklich alles hier heute zu machen und zu gestalten, damit wir heute schon The Division streamen. Ein neuer Stream wird gemacht. Dann wird Battlefield 1, Rainbow Six und The Division als Stream kommen. Und ich habe The Division noch nie gespielt, also ich werde streamen. Ich werde dann erst mal die Kampagne spielen und dann Multiplayer. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, bis jetzt habe ich ja alle Spiele gespielt, die ich schon gespielt habe, ob Rainbow oder Battlefield 1. Battlefield 1, The Division Rainbow Six habe ich noch nie gezockt, nie angespielt. Deswegen werde ich das mit euch einspielen. Deswegen freue ich mich darauf, wenn ihr heute Abend zuschaltet. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wann der Stream kommt. Vielleicht kommt auch erst um halb zehn. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe. Also ich versuche, so früh wie möglich zu streamen, wie gesagt. Auf jeden Fall, neuer Stream heute Abend, The Division. Ich hoffe, ihr seid dabei. Das war es von mir. Das war es von Italiano. Wir sehen uns später. Haut rein. Ciao, ciao.